Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Testbericht für www.funkkopfhörer-infos.de. Ich habe auf meine aktuellen Bluetooth-Stöpsel im Training leider eine Handel geschmissen, das heißt, die sind auf jeden Fall platt, deswegen habe ich mir ein paar neue Stöpsel gekauft und zwar liegt der Preis da wie immer bei 20 bis 30 Euro. Dieses Modell hier kostet jetzt 22 Euro, ist von TaoTronics, da habe ich mir ja schon einige Kopfhörer von angeschaut, die sind immer recht preisgünstig und haben das erfüllt, was ich mir persönlich im Training erwarte, also bei so einem Kopfhörer günstig, der Sound soll ganz gut sein und dann höre ich damit eben im Training Musik. Diesen Kopfhörer, den werde ich jetzt eben testen, ihr seht hier die Verpackung und zwar handelt es sich dabei um den TT-BH-027. Den werde ich jetzt hier unboxen, werde mir das Ganze anschauen, werde ich dann auch im Training anziehen und Probe hören und den packe ich jetzt erst einmal aus. Im Inneren hier sehen wir hier die Verpackung mit etwas Verzierung, Ich entferne jetzt einmal den Deckel und da haben wir zuerst mal eine Tragetasche, ich nehme das alles mal heraus, Kopfhörer, Anleitung und so weiter. Erstmal alles hier herausholen. Zuerst einmal haben wir hier die Anleitung, da schaue ich gerade mal rein. Die ist wieder auf Englisch, Spanisch, Französisch und so weiter verfügbar, aber auch auf Deutsch. Deutsch seht ihr hier, DE. So werden sie getragen und so weiter. Dann haben wir hier noch so eine Werbekarte, dann haben wir hier die Tragetasche, da entferne ich auch mal den Inneren rein. Das hier ist eine Tragetasche. Dann haben wir hier, jetzt öffne ich jetzt mal direkt den Kopfhörer und den sehen wir hier. Der hat auch wieder einen Magnetverschluss, das seht ihr ja bereits hier. Und diese Stöpsel hier, die sind aus Metall. Das gefällt mir gut, also nicht aus Plastik, sondern hier aus Metall. Ja gut, einen Handelwurf werden sie trotzdem nicht aushalten, aber Metall ist auf jeden Fall besser als Plastik. Dann haben wir hier Polster schon aufgezogen. Wir haben hier wieder solche Gummihaken. Also das ist so ein Gummihaken, Stöpselkopfhörer. Kabel-Management-Teilchen ist hier auch schon im Kabel. Dann haben wir wieder eine Fernbedienung mit Plus und Minus für die Lautstärke, Multifunktion, Taste, Play, Pause, also quasi der Standard. Dann haben wir hier an der Seite eine Ladebuchse für den USB-Stecker. Also natürlich muss man den Kopfhörer aufladen, die kann man hier aufmachen. Das mache ich jetzt gerade mal. Da kommt eben der Stecker rein. Auf der Rückseite haben wir hier einen Punkt, vermutlich ein Mikrofon. Damit will ich noch eine Testaufnahme machen auf jeden Fall. Und ja, an sich sieht der solide aus. Es ist auf jeden Fall eine Verbesserung, dass die hier aus Metall sind. Ich glaube, bei den anderen Tautronics-Modellen weiß ich jetzt nicht mehr, ob das aus Metall war. Also bei ein paar Modellen war es auf jeden Fall aus Metall, bei manchen war es aus Plastik. Metall bevorzuge ich natürlich, weil es eben Metall ist. Das hält einfach besser, fühlt sich auch besser an. Hier haben wir wahrscheinlich Zubehör. Und das öffne ich jetzt auch mal. Und da haben wir hier ein Ladekabel, beziehungsweise zwei Ladekabel. Und dieses zweite Ladekabel, ich habe das mal nachgelesen, es gibt wohl Handys, die ich glaube OTP heißt das. Da kann man dann den Kopfhörer, beziehungsweise die Fernbedienung, ans Handy anschließen und der lädt sich dann übers Handy. Das Handy muss das aber unterstützen, sonst geht das nicht. Deswegen ist eben hier dieses Kabel dabei. Das andere Kabel ist so ein ganz normales USB-Ladekabel. Damit könnt ihr das geben an den Strom anschließen oder an den PC, Laptop und eben aufladen. Dann haben wir hier wie immer vermutlich noch Ersatzpolster und verschiedene Hookgrößen drin. Das öffne ich jetzt auch mal direkt. So wie immer haben wir hier eben verschiedene Polster. Ich hebe das gerade mal hoch. Wir haben ganz, ganz große Polster. Dann haben wir hier größere Hooks, mittlere Hooks und ganz kleine Polster. Das heißt wieder drei verschiedene Polstergrößen, drei verschiedene Hookgrößen gibt es da eben. Das ist ja meistens so, das wissen wir inzwischen. Und das weiß hier der Lieferumfang. Beide Kabel, Kopfhörer, Tragetasche. Wie gesagt, der Kopfhörer ist relativ günstig. Der kostet 22 Euro. Und ja, jetzt werde ich auf jeden Fall alles wieder testen. Ich werde den aufziehen im Training. Ich werde mir das alles anschauen. Und dies und mehr gibt es nun im Anschluss. Aufladen und Pairing Die LED der Fernbedienung beginnt roh zu leuchten, sobald wir den Kopfhörer an den Strom anschließen. Nach etwa zwei Stunden war er voll aufgeladen und die LED leuchtet dann blau auf. Mit vollgeladenem Akku hält der Kopfhörer bis zu neun Stunden durch. Für einen In-Ear-Kopfhörer eine sehr gute Leistung. Für das Pairing müssen wir die mittlere Taste so lange drücken und halten, bis die LED blau zu blinken beginnt. Anschließend öffne ich wie immer die Bluetooth-Einstellung meines Smartphones und will den Kopfhörer hier aus. Fertig. Alles ist verbunden. Die Fernbedienung Die Fernbedienung hat drei Tasten. Wir sehen hier ganz links die Plus-Taste. Wird diese Taste kurz gedrückt, so erhöht sich die Lautstärke. Drücken und halten wir sie für etwa zwei Sekunden, so wird ein Lied vorgesprungen. Direkt daneben befindet sich die Status-LED. In der Mitte befindet sich die Multifunktionstaste. Damit wird der Kopfhörer ein- und ausgeschaltet. Drücken wir diese jedoch, wenn der Kopfhörer eingeschaltet ist, so wird die Musik pausiert oder fortgesetzt. Zu guter Letzt haben wir die Minustaste. Mit ihr wird die Lautstärke gesenkt und wenn sie länger gedrückt wird, so wird ein Lied zurückgesprungen. Design, Verarbeitung und Features Das äußere Gehäuse des Kopfhörers ist aus Metall. Außerdem hat der Kopfhörer einen Magnetverschluss, wodurch der Kopfhörer bequem um den Hals getragen werden kann. Das Kabelmanagement-Teil ist bei diesem Modell fest im Kabel verbaut und kann nicht abgenommen werden. Das stört aber auch nicht weiter, ein Vorteil ist eher, dass es nicht abfallen kann. Es liegen wie fast immer drei verschiedene Größen Ohrpolster und Gummihooks bei, welche je nach Bedarf gewechselt werden können. Damit die Hooks nicht einfach so verrutschen, befindet sich eine Plastikerhebung am Kopfhörer. Der Kopfhörer ist außerdem IPX6 geschützt und somit schweißabweisend und für den Sport geeignet. Der Klang Ich empfinde den Klang für einen Preis von knappen 20 Euro als gut. Der Bass ist wirklich kräftig, was vor allem bei Powermusik im Training gut passt. Da der Durchmesser der Ohrstöpsel recht groß ist, vermute ich, dass die Treiber auch etwas größer sind. Davon profitiert der Bass, denn er ist sehr kräftig. Wem der Bass zu kräftig ist, der kann wie immer den Equalizer seines Musikplayers aktivieren und den Bass abschwächen. Wenn ihr auf Play drückt bzw. Musik abspielt, dann wird der Klang langsam eingefadet. Das heißt, er beginnt leise und wird innerhalb von zwei Sekunden lauter, bis er die eingestellte Stufe erreicht. Wie auch alle anderen günstigen Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer gibt es auch hier wieder das bekannte Grundrauschen. Hörbücher würde ich damit also nicht hören. Alles in allem ist der Klang für diesen Preis gut und eignet sich aufgrund des kräftigen Bass gut für Powermusik beim Training. Der Tragekomfort Der Durchmesser der Stöpsel ist etwas größer als bei manch anderen Stöpselkopfhörern. Mit aufgezogenen Polstern sieht dies dann so aus. Wenn ihr extrem kleine Ohreingänge habt, dann könnten euch deshalb die kleinsten Polster eventuell zu groß sein. Ich persönlich habe sehr kleine Ohreingänge und bei mir passen die kleinsten Polster gerade noch rein. Ansonsten trägt sich der Kopfhörer wie viele andere Modelle dieser Bauweise. Mit dem Kabelmanagement-Teilchen kann man das Kabel hinter dem Kopf straff ziehen. Damit könnt ihr verhindern, dass die Fernbedienung zum Beispiel beim Joggen herumbammelt. Der Mikrofon-Test In der Kabelfernbedienung befindet sich ein Mikrofon und eine Testaufnahme damit folgt jetzt. Mein Fazit Für einen Preis von etwa 20 Euro ist der TT-BH 027 ein solides und günstiges Modell mit einem sehr kräftigen Bass. Die Laufzeit ist mit ca. 9 Stunden wirklich hoch. Ich werde den Kopfhörer im Fitnessstudio beim Training nutzen. Das war ein weiterer Testbericht von mir und ich hoffe er hilft dir weiter. Den Link zum Testartikel und zum Produkt findest du unten in der Videobeschreibung. Das war's von mir, ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir. 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 Vielen Dank.